Schocknachricht für den Schweriner SC. Nationalspielerin Saskia Hippe fletzte sich im Auswärtsspiel beim Köpenicker SC schwer. Riss des vorderen Kreuzbandes und ein Miniskusschaden, so die Diagnose nach der MRT-Untersuchung. Die Schlüsselspielerin des SC fällt damit wohl bis zum Saisonende aus. Ein schwerer Schlag für den deutschen Meister, der vorerst auch noch auf Nationalspielerin Anja Brand verzichten muss.